Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinosys Survival. Wir ballern erst einmal ganz kurz den da um. Wir holen uns natürlich auch gleich das Fleisch, was muss, das muss. Und was machen wir? Ach komm, geh aus dem Weg. Ich weiß nicht, was uns jetzt noch erwartet. Ich hoffe mal, kein T-Rex. Immer schön erhöht bleiben, genau. Oder auch nicht. Ähm, da ist diese verkackte Stadt wieder. Schön. Oder ist das die Stadt? Müsste es eigentlich sein. Oder sind wir hier jetzt ganz woanders? Ich weiß es nicht. Ich muss mir erst mal einen Überblick verschaffen hier. Hm, denn es geht ohne Raptoren. Ähm. Ähm. Gut, der Raptor bleibt weg. Okay. Also das ist auf jeden Fall die Stadt, in der wir erst waren. Allerdings glaube ich nicht, dass wir in diese nochmal reinkommen werden. Also laufen wir einfach mal hier hinten lang. Irgendwo wird uns der Weg hier schon hinführen. Ach, hier gibt es eindeutig zu viele Raptoren in dem Spiel. Jetzt kommen doch die Nächsten, oder was? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Bitteschön. Das ist ein großes Haus. Was ist das? Dass diese Freiheitskämpfer sind? Ich hoffe es mal. Sieht auf jeden Fall sehr interessant hier aus. Dream. Was ist das da oben? Das war eine Schwebebahn. Das war eine Schwebebahn. Was ist das? Eine andere abandone Stadt? Wett. Was ist das? Es ist populär. Ah. Sie haben überlebt. Sie haben überlebt. Aha, okay. Okay. Und weiter. Wie, das war es jetzt? Okay, das war eine kurze Aufnahme, würde ich sagen. Ich hoffe, da kommt noch eine dritte Episode und eine vierte, weil ich würde gerne wissen, wie es weitergeht. Ansonsten... Ja, das war es dann wohl vom Spiel. Ja, ich kann nichts mehr machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Oh ja, doch jetzt. Zu Ende. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr euch eine Episode 3 wünscht oder nicht. Und ich auf jeden Fall wünsche mir auf jeden Fall eine zweite Episode. Ansonsten bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.